Die Rotzregel. Sind Sie erkältet, dann befolgen Sie einfach die Rotzregel. Ruhe. Gönnen Sie sich eine Auszeit und bleiben Sie warm eingekuschelt im Bett. Obst. Nehmen Sie viele Vitamine zu sich. Obst ist dafür perfekt geeignet. Trinken. Ihr Körper braucht viel Flüssigkeit, zum Beispiel Holundersaft. Als bewährtes Hausmittel bei fiebrigen Erkältungen wirkt er schweißtreibend und schleimlösend, ob als Saft oder Tee. Zink. Das Spurenelement bewirkt viel Gutes. Insbesondere aktiviert Zink die Abwehrzellen und die sind bei Grippe und Co. gefragt. Viel Zink enthält zum Beispiel Käse oder Brokkoli. Auch Zinkpräparate unterstützen bei Erkältung. Mit dreimal täglich 10 Milligramm ist man gut versorgt. Wenn Sie sich daran halten, lindert Rotz Ihre Schmerzen und Sie gesunden schneller. Ruhig. Ruhe. Schmerzen Sie sich. Schmerzen Sie sich. Schmerzen Sie sich. Untertitelung des ZDF, 2020